...das wir in Corona-Zeiten gelernt haben, nämlich Entschleunigung. Und es gibt wenig Gutes in dieser Zeit, aber vielleicht die Entschleunigung ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Da geht's heute ums Telefon. Ich lieg im Garten in der Sonne, da leint das Telefon. Ich schenk mir nur ein Glas rein und lasse das Telefon. Ich schenk mir nur ein Glas rein, was brauch ich da, ein Telefon dazu. Ich lieg im Garten in der Sonne und lasse das Telefon. Ich lieg im Garten in der Sonne und die Entschleunigung, die ich schenk mir gerade an, die ich teile habe. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.